Hey Leute, ich muss sagen, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video hier auf Erzlergames. Ihr werdet euch fragen, warum ist dieses Video eigentlich so kurz und was soll dieser Titel? Und ich sag euch, nein, es ist kein Clickbait, ich möchte mich wirklich bei euch entschuldigen und möchte mich erklären. Ihr habt ja gesagt, ja, in den letzten Videos fehlt das, was meine Videos von FIFA etwas besonders gemacht hat. Und das waren die Memes und einfach eine besondere Memedichte. Das hat in den letzten Videos gefehlt und ihr sagt, deshalb leidet die Qualität sehr stark. Und ich muss euch zugeben, ja, das stimmt, da kann ich gar nichts dagegen sagen, es ist einfach wahr. Aber ich möchte euch wenigstens erklären, warum. Ich muss einfach sagen, dass ich momentan sehr viel vorproduzieren muss. Und das hängt einfach nur damit zusammen, dass ich jetzt momentan mein Abitur mache und dass sich alles so, so, so schlecht entwickelt hat durch die ganze Corona-Problematik und die Pandemie und die Schulschließungen, über die ihr euch vielleicht freut, wenn ihr jetzt in einer niedrigeren Klasse seid und nicht irgendwie eine Abschlussprüfung in nächster Zeit habt. Ich kann mich darüber einfach nicht freuen, weil ich muss ja nun an diesem bestimmten Tag, an dem ich mein Abitur ablegen muss, einfach das Wissen darüber haben. Ich muss es abrufen können und ich muss es, wie gesagt, dann haben, wenn ich es brauche. Und ich kann mich nicht gezielt darauf vorbereiten, weil dieser Termin, der jetzt feststeht, kann morgen schon nicht mehr gelten und kann verschoben werden. Und das ist einfach eine Konstanz, die fehlt. Und dementsprechend kann ich mich nicht so darauf vorbereiten, dass ich jetzt hier einen Zeitplan habe und dort einen Zeitplan habe, sondern ich möchte das vorproduzieren, dass ich dann einfach nichts mehr mit YouTube zu tun haben muss, außer noch auf Upload zu klicken und die Beschreibung zu ändern. Und ja, ihr habt völlig recht, darunter leidet die Qualität. Das habt ihr bemerkt, ihr habt das angeprangert und ich kann euch nur sagen, es tut mir leid. Mehr kann ich euch nicht sagen dazu. Ich kann nur sagen und es euch versprechen, es wird wieder besser werden, wenn diese ganze Situation vorbei ist. Und ich hoffe einfach nur, dass ihr diesen langen Atem besitzt und dann wirklich mir diese Chance gebt, euch zu beweisen, dass es wieder besser wird und diese Zeit abwartet. Ich kann euch nicht dazu zwingen, ich kann euch nur darum bitten und dementsprechend haut rein, bis zum nächsten normalen Video. Ciao, euer Erzter Games.